ein wunderschönen guten tag oder die diamanten hätte ich ganz gerne noch draus willkommen zu einer weiteren folge endergames heute mit wirklich einem meiner lieblings kids und zwar dem yeti denn der yeti ja ich mag den echt super gerne weil er eben und jetzt mache ich wieder sachen voll ne doch nicht geht ganz klar weil ich nämlich mit dem yeti einfach über wasser laufen kann das finde ich persönlich richtig richtig stark und zudem haben wir ein harnisch und wir haben schon schuhe sprich jetzt ein dia schwert und bin damit schon sehr gut bedient und kann wirklich leuten super gut entkommen gerade so wenn wir uns in dieser richtung hier irgendwie bewegen oder so zudem muss ich ganz kurz sagen wenn irgendwie wieder und ein paar geräusche sind dann tut es mir voll leid weil ich habe momentan handwerker über mir die eine wohnung über mir renovieren das ist richtig behindert weil ich konnte den ganzen tag nicht aufnehmen deswegen schaffe ich es gerade auch leider nicht diese folge irgendwie zu bearbeiten mit mit den kids und so haben es quasi schon viertel nach zwei und die folge muss halt um halb fünf dann auch schon hallo dann auch schon online kommen und das schaffe ich einfach zeitlich nicht tut mir voll leid und es leckt wie sau gerade irgendwie in dieser runde warum auch immer das ist bei endergaps ab und an gibt es so runden da hat man wirklich ganz ganz kurz richtig richtig lange frames wo es einfach steht so jetzt haben wir noch einen helm an und da vorne war doch irgendwo noch ein typ wir können wir haben gar kein essen dabei gerade sehe ich und da sind die doch die beiden vielleicht können wir uns sogar den hier holen der hat nämlich schon relativ gutes equip oder auch noch nicht nur noch gar nicht so wirklich aber den ersten sound und wo ist der andere hin der ist auch down ja ich hoffe ich könnte mir noch irgendwelche sachen hier einsammeln gerade eine hose haben wir aber gerade aktuell nicht dabei wir hätten noch mal vier diamanten könnten also noch mal hinten hingehen und könnten uns dort was tolles holen und zwar schuhe zumindest ich versuche auch heute wirklich nichts zu übersehen liebe leute ist ja auch immer eine sache die ich sehr gerne mal irgendwie mache dass ich irgendwas übersehe da habe ich eine hose auch gehabt gut zu wissen versuchen dass ich nichts übersehe an stuff aber ich bin ich bin momentan durch die handwerker sehr sehr fertig einfach weil nur okay weil es halt einfach auch so ist dass wieso habe ich dich habe ich die schuhe auch nicht angezogen weil nicht ja momentan viele fehler wie die kleine fehler anscheinend es ist halt so habe ich noch kampf essen ist so mau irgendwie heute dass die handwerker so um 9 uhr wirklich schon anfangen irgendwie zu arbeiten und ich habe halt momentan semesterferien kann mir also ein bisschen zeit lassen und ich gehe da meistens so irgendwie da wirklich spät schlafen so um vier oder halb fünf und dann habe ich eben das problem dass da einfach die handwerker und nein nur anfangen ich irgendwie nur so ein paar stunden schlaf bekomme was wirklich nicht viel ist der guten hanisch hat er hat einen sehr guten hanisch erhalte sich dann gehe ich mal weg lieber können wir versuchen hier irgendwie natürlich nicht natürlich vorher geswitcht hätte ich schon ganz cool gefunden wenn wir den vielleicht noch besiegen könnten doof 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 deswegen keine ahnung das ist halt echt gerade so ein bisschen ein bisschen knifflig also ich bin aktuell gerade mir hört man hört es vielleicht so ein bisschen raus extrem müde weil ich kaum noch zum schlafen kommen tatsächlich kann ich den jetzt noch irgendwie bekommen ganz schnell gib ihm gib ihm nö ach komm schon ich wollte doch so gern den staff von ihm haben das ist jetzt ein schlechter scherz das ist ein richtig richtig schlechter scherz gerade ich hätte so gut die sachen von ihm haben können und dann wird wieder geswitcht ich habe eben nur so einen komischen hanisch an wir haben sieben davon vier davon das reicht halt eben auch noch nicht um einen hanisch zu grafen wir haben eine angel auch wir brauchen halt eben noch eine sache noch mal kurz ein paar sachen wegwerfen ich mache mal eben kurz ein paar sachen wegwerfen ja ich habe keinen bock auf diesen schadenstrank weil der ist eigentlich für mich eher nur nachteilig den werde ich nicht positiv einsetzen können wahrscheinlich so komm jetzt aber wieder von hinten schaffen wir nicht natürlich wieder getauscht werden die hose nicht mehr einsammeln können also muss das doch sein leute also das spiel verarscht mich halt viel zu oft irgendwie habe das gefühl als würde mich dieses spiel wirklich nicht mögen dann laufe ich halt wieder 130 blöcke zu irgendjemandem hin und dann werde ich eh wieder weggeswitcht also irgendwo ist auch mal schluss irgendwo ist auch mal gut meine grenzen auch erreicht ich kann das auch nicht essen hallo darf ich diese karotte essen dankeschön herr bachelor dass ich das darf mir also weiß ich nicht irgendwie energames ist ist nicht so mein lieblingsspielmodus anscheinend war geil besserer hanisch ganz gern auch die hose irgendwie der tank der schnelligkeit ne wo sind wir hin ah da ist die hose gut besser helfen nein so wo ist denn jetzt in der chip 80 blöcke wir haben erstmal ganz genug und lange speed und dann haben wir endlich treffen wir wie endlich treffen wir wieder mal auf ihn da ist noch ein besseres schwert ja ich muss sachen sehen ich übersehe sachen super super gerne er noch schnelligkeit für eine minute das müssen wir jetzt ausnutzen am besten doch er muss hier irgendwo halt auch oben sein habe natürlich eine sehr schlechte position aber unten ist auch schon wasser kann ich den irgendwie versuchen zu bekommen ja mache ich ganz gut wunderbar wir haben die runde gewonnen vielen lieben dank fürs zuschauen es gab auch keinen kein handwerker zeugs gerade finde ich sehr cool ich einen guten moment erwischt habe vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal schreibt mir noch mal irgendwie kit vorschläge in die kommentare aber ich möchte momentan eben so lieblingskits so ein bisschen durchnehmen und so deswegen bis zum nächsten mal hans rein machen sie es gut haben wiedersehen